Thomas, mit dem Spielverlauf zufrieden heute? Nein, wir haben 1 zu 0 verloren. Es war ein wichtiges Spiel für uns, ein Derby, heißblütig, hitzig und wir hätten aufgrund des Spielverlaufs auch einen Punkt absolut verdient gehabt. Und wie sieht es mit der Leistung aus angesichts der angeschlagenen oder der Situation bei euch? Kann man mit der Leistung zufrieden sein? Absolut. Wir gehen seit Wochen auf dem Zahnfleisch, personell. Wir haben wirklich viele, viele angeschlagene Spieler, kaum mehr als 10, 12 Spieler im Training, immer wieder verletzte, gesperrte Spieler. Und insofern, dass wir wirklich Personal auf dem Zahnfleisch gehen, war das eine herausragend kämpferische Leistung und von der Einstellung, von der Motivation, wie wir 90 Minuten lang gegen gehalten haben, wirklich aller Ehren wert. So wie ich gehört habe, wolltest du eigentlich nicht mehr spielen? Hat es die Situation also bewogen, dich wieder zum Wiedereinsatz? Ja, aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich noch zwei Jahre dranhänge, als Spieler. Und wie geht es für dich als Trainer weiter? Du wirst ja, soviel ich weiß, als Trainer hier bei Durlach-Aue zum Ende der Saison aufhören. Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt siebeneinhalb Jahre in vorderster Front bei Durlach-Aue, erster Mannschaftstrainer, die meiste Zeit davon Spielertrainer. Und ich glaube, es ist einfach Zeit, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen, vielleicht auch mal abzuschalten, vielleicht auch mal ein halbes Jahr gar nichts zu machen. Ich glaube, der Verein hat eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen mit Patrick Gondorf und Ruben Gondorf in vorderster Front. Und ich drücke den zwei Jungs alle Daumen, die ich habe und werde sie unterstützen nach Rat und Tat und womit ich den beiden auch, wie ich sie immer, unterstützen kann. Soviel ich mitbekommen habe, arbeitest du gerade an der B-Lizenz. Was verfolgst du da für Ziele? Ja gut, es geht einfach darum, sich weiter zu qualifizieren. Es geht einfach darum, neue Sachen kennenzulernen. Es geht natürlich auch darum, eine LIDB-Jugendtrainer-Lizenz zu bekommen, auch später mal eine A-Lizenz zu machen. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich war jetzt im März eine Woche in Edenkoben, Ende April kommen die nächsten zwei Wochen und ich freue mich darauf, mich weiter fortzubilden und es macht wirklich riesig Spaß. Thomas, ich danke dir vielmals für das Interview und wie es auch immer für dich weitergeht. Viel Erfolg auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.